Das ist eigentlich selbst noch ein Problem, oder? So ein bisschen. Und zwischendurch noch gleich anders. Oh, was für den Gitterstratz? Ja. Jetzt bin ich auch noch in so eine fucking Wand. Ich hab an Schuss gehört, ja. Das war eine M4, das war aber... Das sind mehrere. Einer guckt auf mich zu. Lass ihn da auf mich zukommen, kommen wir wieder in der Rebusch. Ich schieße sofort, ich schieße sofort. Unter Affen. Zeig mal, weil er hier lang kommt. Da kommt einer von links, von links, von links. Ich schieße. Einer ist links neben den Schienen, direkt bei meiner Leiche. Der andere ist ein bisschen weiter bei der Schienen Richtung Straße. Zwei Stück Kai-Equip. Beide Deutsch. Ich glaube, der kommt richtig in die Wälder. Ey, ich hab mich hingekriegt, die Arm und meinen Kopf gemacht. Ich hab mich quasi durchgeschossen. Beide Deutsch. Beide Deutsch. Beide Deutsch. Beide Deutsch. Weiter, 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 weiter. Beide Deutsch. Hör die Ab oder beifle ich wieder an? Zurück, zurück, zurück. Kräsen bitte uns selber nicht. Fuck. Ja. Warte, loot das? Hm. Trifft nicht. Schlechter Schütze. Den einen hab ich voll erwischt. Wir müssen oben auf den Berg. Hast du Bandage? Nee. Darfst du schnell weg? Darfst du schnell weg? Habe ich hab nix. Habe ich jedenfalls. Ich lockste jetzt nochmal, ja? Was machen? Ich kann oben auf den Berg gucken. Er läuft da unten lang. Er läuft unten an den Stein. Versuchen von hinten zu achsen. Ich sehe ihn. Da ist er. Ich sehe dich. Ich hab ihn halt da. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich hab mich am verbinden. Den einen hab ich glaub ich nicht erwischt. Der hat sich glaub ich ausgelockt. Der stand mitten auf dem Feld. Der hat so Kugeln gefressen. Der blöde Wichser. Ich verbinde mich. Logo in action. Motherfuckers. Hast du das drauf? Nee, ne? Ja, hab ich drauf. Nein. Ich hab ihn geaxen. Dir hast du das gesehen? Du hast ihn nicht geaxen. Ich hab den Kopfschuss verpasst. Das sieht man auf der Aufnahme. Das sieht man auf der Aufnahme. Nein, das sieht man auf der Aufnahme. Schnapp dir seine Clip. Irgendwo ist nur noch einer. Zu essen hätte ich schon genug, könnte ich einen scheiß Rucksack, wenn jemand ein scheiß Rucksack war. Dann bin ich kein Rucksack mehr, wenn wir ihn zusammen treffen. Ich kann ihn nicht heiden, Alter. Erlebt man. Axel noch mal sagen, ich schieße in den Kopf. War das drei? Nee, ich flog. Hab ich von dir hingekniet, hab die Hände über den Kopf gemacht. Oder zwei. Ich glaube, das waren noch zwei. Das waren zwei Leute, ja. Aber ich hab noch einer an der Felswand erledigt. Da ist noch einer. Der an der Felswand wird nicht erschossen. Nein, ich hab einen erschossen, direkt auf den Schienen und einen an der Felswand hier vorne irgendwie. Ach, das war der. Der Deckel passt kurz auf. Hatte der was zum Anziehen? Ich brauche es zum Anziehen. Ja, den einen habe ich geheidet, der andere liegt noch hier. Ja, heide den mal nicht. Ich brauche noch Essen, Trinken und irgendwas. Und die Saline-Packs? Ah, leider nein. Essen genug, Alter. Lass mich mal da ran und gib mir eine Deckung. Ich kann meine Waffen nicht ziehen, Alter. Geh in den Wald, geh in den Wald. Ich will nicht, dass du jetzt hier verweckst. So schnell ist mein Equip, ne? Ja. Philipp musst du leider drauf bringen. Ja, vor allem, das hab ich von ihnen gekrieht, hab die Hände über den Kopf gemacht und hab gesagt, hey, ich bin auch deutsch, schieß mir nicht. Die haben mich trotzdem erschossen. Und der eine hat sich richtig aufgegriffen, nicht geackst. Digga. Der ist so, fuck you mother fucker. Spaß, die Idiot. Das waren zwei Deutsche. Das war direkt mit ARCOG pristine, Digga. Hast du den ARCOG? Ja. Der hatte hier keinen Aufsatz. Der hat mich das böse erwischt, ne? Kommt jetzt nach ARCOG oder nicht? Ich muss eben was essen. Wir kommen nicht in der ARCOG. Das stimmt nicht. Ich geh dann jetzt nicht noch mal rein. Ich muss aber eben was essen. Boah, ein nettes Outfit hatte der da. Ja. Marc, wo bist du im Moment? Äh, wir sind vor Kampiro, Richtung Elektro. Morgen nach dem Hafenkran. Äh, Richtung Hafenkran. Also wir sind noch davor. So näher an Kampiro, bei der Elektro. Aber ich glaub, du hast ihn gut nicht geackst. Dann kannst du mir was zu essen bringen, weil ich find hier nix. Ja, ich hab satt und genug, wo bist du? Ja, ich bin, ich lauf jetzt wieder auf Kamivobo zu. Aber ich hab schon am Dying of Sturvy, äh, Sturvation. Ja, da lock dich irgendwo auf der Straße aus, und du bist gleich neben dir. Mogel, wie gehen wir nach Kamivobo wieder? Ja, Moment. Ich muss mir auf diese Mega-Klasse-Action jetzt erstmal kurz eine Zigarette drehen. Ja, sagst du einen runterholen oder sowas? So, Marc. Ich glaub mich aus, wenn du dich eingeloggt hast, ja? Ja. Mir ist auf dem Server nix los, kannst du rektronen? Nein. Ja, warte. Ich muss ja, ich will laufen jetzt zu dir. Kannst du bei mir hinterher bleiben? Ich bin zwischen Elektro und Kamivobo. Also kurz vor Kamivobo. Ja, gut. Auf den Gleisen steh ich. Ich hab mich so krass hingewichtet. Wie gesagt, ich saß da auf dem Knie. Ich schieb keinen Probeschuss, ja. Und hab die an den Knie zu uns bringen. Und der gibt mir, ein Meter direkt vor mir steht er und gibt mir den Kopfschuss. Ich mach einen Probeschuss. Erbärm dich. Erbärm dich. Erbärm dich. Ich hab da mal so Grave-Tarten, die sich runter. So ganz dramatische. Ja, doch ein bisschen auch in Zeit zu ziehen. Das ist irre anfordernd. Ich hab schon so viel Videomaterial für, ich weiß nicht. 18 mit Flames. Das ist echt heftig. Das ist mein Terabyte voll. Think you heard it? Ja. Wo bist du? Hm? Wo bist du? Ich laufe gerade. Kamivobo und so. Ja, aber trotzdem super nett. Ohne dich hätten wir das auch nicht gepackt. Ne. Voll. Philipp ist ab heute der Speer. Er rennt immer vor. Moment, oder? Hm? Er rennt jeden Tag. Ich hab mit dem Opa gequatscht über den zweiten Weltkrieg. Sonst wenn du da Speer warst, musst du mal die Packung Zigaretten für dich alleine bekommen. Immer wenn du die bekommen hast für dich alleine ein ganzes Päckchen Zigaretten, dann musstest du heute durch zu Speer ausspielen. Irgendwas die Join macht. Ich bin auch in der Nähe da jetzt. Ich denk mal, da bist du auch irgendwo. Ich bin jetzt näher drin. Ich joine jetzt, Mogel. Ich joine jetzt. Oh, ich zieh dich auch dazu. Ne, ne. Komm mal direkt hin zu den Scheiben dazu. Warte mal. Der Priester hatte keine Dosenlösch, ne? Krass. Was? Ich glaub nicht. Ich bin gleich tot. Ich, äh, bin schon wieder auf dem Krieg. Ja, ich hab nicht so ne Dose, die ich auch noch machen kann. Oh Gott, ist das hier alles grau, ey. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Wir sind jetzt hier. Oh ja, vielleicht ist das hier. Ich hab mich auch noch irgendwo drin in die Partition. Oh ja. Oh ja, die andere Spielern. Hallo. Hallo. Oh, Jonathan. Wie das schießt du denn aus? Das reicht jetzt.